Diese Woche stellen wir auf unserem YouTube-Kanal von Investmentfellows drei Pharma-Aktien vor, und zwar AbbVie, Bristol-Myers-Quibb und Merck. Alle drei Aktien weisen eine attraktive Dividendenrendite auf von so 3 bis 4 Prozent. Ein Dividendenwachstum erwarten wir von ungefähr 5 Prozent pro Jahr, sollte also oberhalb der Inflationsrate liegen. Und last but not least sind die relativ günstig mit einem KGV von um die 10. Und Spoiler-Alarm, mein persönlicher Favorit ist Bristol-Myers-Quibb. Und warum das so ist, könnt ihr in unserem Video sehen.